Ich arbeite gerne am DHL Drehkreuz Leipzig, weil ich jeden Tag Spaß mit meinem Team habe und somit einfach der Tag perfekt ist. Mein Name ist Jasmin Baumert, ich bin seit Dezember 2017 im Unternehmen und bin seit ca. ein Jahr stellvertretende Teamleiterin in der Customs Import Production. Wir stehen stetig in Kontakt mit dem Zoll, somit muss jeder Mitarbeiter seine Zollkenntnisse anwenden. Hier müssen wir in einer strukturierten, ordentlichen Form Zollanträge am Computer verfassen und dieses findet alles in einer ruhigen Atmosphäre statt. Als stellvertretende Teamleiterin bin ich dafür da, mein Team selbstständig zu vertreten in Hinsicht darin, dass ich meine Teamleiterin organisatorisch und fachlich vertrete. Am meisten macht mir Spaß, dass ich jeden Tag neue Herausforderungen habe. So können wir unsere Spirits anwenden, Can Do, Passion, Bright First Time und Speed. Jeder Mitarbeiter sollte natürlich Spaß an der Arbeit im Büro haben. Deutschkenntnisse sind auf jeden Fall beförderlich, idealerweise auch gute Englischkenntnisse und jeder Quereinsteiger ist natürlich auch bei uns herzlich willkommen. Bewirb dich auf anpacken-dhl.de und werde ein Teil des Teams. Untertitelung des ZDF für funk, 2017